hey und Willkommen zu einem neuen Projekt Minecraft Sky mit Inventor behalten wir hatten am Anfang halt nur ein Stack Essen ein jeder ich mach eine Insel mit Frawa und der fällt gerade gerade immer runter weil der hier eine Trappe nach unten versucht weil wir da auch was machen weil da muss ich drunter springen weil da muss er drunter springen dass er das schafft und ja wir haben den ich habe gerade den spannenden Moment nicht aufgenommen das PvP-Wand was ich gewonnen habe da hat uns zwei Dias Erde und Wetzlinge und Wetzlinge sind halt sehr wertvoll für uns sein Holz das brauchen wir denn als Esser haben wir nur zwei Stack und das haben wir schon alles hatte ich alles verbraucht und da haben wir ein Stack bekommen weil wir das Event gewonnen haben da haben wir zwei X bekommen und ja da haben wir zwei wir sparen und fangen wir ihn gleich wenn wir das nächste gibt ok wir machen dass es Obsidian gibt ja ich schlag da war das von mir so ok Schafsbond direkt ich hab ne Idee wir machen eine dunkle Höhle dunkel da wo dann Monster drin können können und das bauen wir jetzt hier grad was ich an nein nein Puff hm ja ihr habt ihr sie überlebt ja weil der drunter auch noch frei ist hab ich es gemacht ja wahrscheinlich ich guck direkt hoch im Gardel ich könnte mich jetzt auch in diese 5 mach ich nicht die Garten ich wäre ich werde da hin nein stein bocken sie nämlich auch ja oh 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 das war schon mal gut das war schon mal gut ich bin noch an der gleichen Höhle höher aber ich muss noch da weil ich hab den auch ein einzeln hin naja jetzt wird es einfacher also die müsste eigentlich einfacher sein nur ähm ich bräuchte vielleicht mal ein bisschen von dem Holz hast du nicht in deinem Tabak nein oh da müssen wir gleich wahrscheinlich 5p-eventen machen obwohl wir brauchten ja nur noch 3 Holz hey gib mir mal 3 Holz so ich frag wann ist das nächste pvp-event übrigens ich nehm gerade auf weil irgendwie möchte ich jetzt noch ein pvp-event zeigen weil ich wir machen jetzt sofort das gleich das nächste pvp-event ich hab eigentlich den größten vorteil weil du dir in der Stadt machen ja ich mach 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 weil das lohnt sich dann auf lange Sicht weil der weil die anderen haben halt beide nur ein Eisenschwert und dann mach ich halt einen da angeschaden ja und dann dann kommt ja wie ich beim ersten pvp-event da ja weil ich hab ihm auch Kommos gegeben die den ganzen der hat dich immer von den Rand gerettet sonst hätte ich ihn runter ja eben krägt man weder die gleichen items wie vorher oder krägt man auch obsidian oder auch mal gold oder eisen wieder ja okay noch mal die gleichen items vorher pvp wenn startet ich gehe wieder in die mitte und ihr startet auf euren inseln aber nicht beide direkt auf mich ich bleibe hier erstmal 3 geht los geht los ich traue mich halt noch nicht weil du nur so einen einzelnen so wieder das gleiche wie vorher nein ich trau nein allen ging das ganze vergessen und er kriegt sehr wertvolle item wollen wir die taktik zu machen dann machen wir so da würde ich mal sagen das war von der ersten folge minecraft geil haut rein und tschau